Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem zweiten Video auf dem Kanal Die Longboarder Ja, ich stelle heute auch mein Board Board von Aria Achsen sind auch von Aria Sind Hangout Achsen oder wie die heißen, keine Ahnung Die Wheels sind 90mm Gut zum Sliden auch von Aria Das Longboard aus Holz Und siebenfach geleimt und geschichtet Das Rücktape ist gut Ja, hat so um die 200 Euro gekostet die Boards Auch vom Taum natürlich, das war das geile Madrid Board Ähm, ja, es kommt jetzt gleich auch noch ein Video Also, vielleicht wird das für euch morgen sein Ähm, ein drittes Video, da zeige ich euch meinen Cruiser Weil der hat geile Reifen drauf Das kann man halt eben jetzt raus Es ist schön dunkel, kann man es halt eben geil sehen Ja und dann würde ich sagen Bis morgen Bis morgen! Bis morgen!